Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniru L.P.O. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir, ähm, 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 Mr. Satans Training abgeschlossen. Und sind jetzt der Schüler von Gotenks, jawohl. Und wir haben eine Parallelquest gemacht, wo wir gegen C-17 und C-18 kämpfen mussten. Und jetzt machen wir die nächsten. Und zwar schlimmstes Team, besiege Songoku und Cell und davor noch eine Milliarde andere Gegner. Haha. Äh, das wird lustig. Ich sehe mich da ein paar Mal verreckt. Nee, nicht Mr. Satan. Äh, Gotenks, meine Güte. Äh, von wem lerne ich denn noch mal. So, hab ich jetzt auch andere... ...Version von denen freigeschaltet? Lö. Ich dachte, wir gegen die gekämpft haben. Was ja nicht, weil meine Charaktere falschheitet. Das ist mir auch eigentlich relativ egal. Irgendwann, wir machen ja alles. Also, irgendwann tun wir die so oder so vorschalten. Also, wann das jetzt ist, ist auch egal. Weil irgendwann haben wir sie schon alle. So, noch ein Kampf und ich habe einen Level ab. Das ist gut. Der Sieg ist von Gotenks. Aber super. Das wird nicht gut ausgehen. Hast du denn? Hier. Super. Das ist ein 2. Die Massenko kam ja mehr. Das ist klassisch. Also, hier sind noch andere Leute, ne? Nicht immer nur auf mich gehen. Wenn es geht. Ey. So, wo an. Man. Da lädt sich auf. Oh Mann. Da heims. Boah. Man macht die anderen beiden. Wie schafft es denn, immer der andere CPU rauszukommen? Komm, Pipi Klo. Doch, Mann. Elektrik. Boah. Kannst du es fahren? Songoan hält. Gefängst Songoan auf. Ich meine, wir schaffen es, die, warum verrecken meine Charaktere denn so schnell? Ich verstehe das einfach nicht, weil ich bin mit dem Schwierigkeiten gerade los. Ich kann so hochgelevelt sein, wie ich will. Ich kriege 15 immer auf die Fresse. Vor allem Gotenks und Songoan, die sind ja auch auf meinen Level. Irgendwann stimmt doch gar nicht. Boah, wie. Oh Mann. Du siehst irgendwie nicht so aus, wie du die Möglichkeit aussiehst. Also auf dem Bild. Ach Gotenks. Jetzt bin ich wütend. Und Galaktik. Boah. Was ist das? Bleib stehen. Jawohl. Nein. Bleib stehen. Verdammt. Warum sieht die Kämpfe andauernd so schwer? Ich meine, andauernd ist jetzt. Ich meine, das schreit war gerade zu erlacht, dass ich die ganze Zeit meine Spam und meine Ultimates. Ich habe schon gegen das Du. Ich mache das jetzt auch hier. Ich sehe doch nicht einig, wie die 20 Level Höhe und kriege ich immer noch auf das Fresse. Jetzt mal ehrlich. Ich verstehe, wenn ich mir schwierig ist, aber es ist ja wohl so eine Abzocke hier richtig. Ich kann trainieren, wie ich will. Ich kriege immer auf das Fresse. Ich komme ja gleich echt irgendwie mit Level 99 raus. Ganz ehrlich. Ich bin doch irgendwie nicht ein. Ich dachte, jeder kann vier Stunden, obwohl ich eigentlich schon längst viel stärker bin. Klingt mir doch ein bisschen unlogisch. Was ist denn dann weg, oder? Gotthanks. Meister. Senpai. Oder Raketenangriff von Gotthanks. Den möchte ich haben. Ich habe ja mal einen Angriff, den ich haben möchte. Ich glaube, ich tue irgendwie bis nächste Woche oder so eine richtig insane Trainingsstation hier machen. Weil da ziehe ich irgendwie langsam nicht mehr ein. Da kämpfe ich im Song und Song. Die haben wir auch schon. Nee, Song. Daotto. So. Nakamoto. ich bin gleich schon wieder ich bin dran so seid ihr alle ich habe es nie im leben mein gott ich lasse mich in ruhe da kann man immer solche voraussetzungen zum teufel kann ich die wiederbeleben leben noch mal das war mit mir angezeigt das ist gut mein gott frisst das war jetzt mal wenn ich meine anrufe machte letzter da wissen kam er jetzt noch mal voll in die fräse ich habe alle aufsteht Aber bloß, dass ich hier nicht meine Ultimates spame, ey. Ich hab noch keine Chance, ey. Verdammter Trick! Oh Gott, ich bin tot. Lass mich im... Uff! 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 Ja, ich kann das durch da machen! Ich kann nichts machen! Uff! 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 Was ist das, der? Pisser! Uff! Warum eigentlich... Uff! 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 Warum... Kommt es mir so vor, als könnte... Sie da habe ich überhaupt nicht... Beindruckt. Muss ich jetzt vorsichtig machen. Uff! 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 Boah! Muss er sich das mal rum drehen, ey. Uff! Ufff! Uff! 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 gott trunks capsule corporation also ja sie sie haben sich im hintergrund war verwendet so kann man wie bekannt vor aus einem anderen spiel kann ich sein okay die gute auf 55 machen wir mal grund ein bisschen über gesundheit weiß ich wahrscheinlich nicht voll fast bild und deswegen so schwach das kann natürlich auch was für den hölzischen kampf war man noch so wir haben das kürzliche krieger besiegezahlen von 1718 freiheitskrieg oder sechs dragon balls zurück warum habe ich hier also weiter gekauft habe genau da kann man noch mal gegen die beiden werden wir sind überhaupt nicht schwer goten ich bin jetzt mal oh mein Gott die Schwierigkeit gibt's doch einfach nicht schon wieder her wenn man nicht mehr kämpfen, dass ich wieder stehen er hat ja auch verdammt stark sind natürlich und galactic so haben wir die andere nicht aufgeschreckt doch kein bock dahin zu laufen komme ja doch ich bin die rampensau ja die geld bei auf verschiedenen los mit mir macht sogar keine zahl juniös hier sind zwei boxen oder das ist galactic tonal hat man einfach mal damit getroffen so begreifen die nicht alle mit einem bock darauf anzugreifen und dann gibt es aber auch und da gucken wir uns verhalten sagt man da haben noch getroffen sagen ja nicht schlecht jetzt was genauso viel ab wie meine ultimator gefühl jetzt mal erst mal ein und dann ist das auch immer an und jetzt was das ok weiter geht so ich bekomme wenn ich die alle erledigen hoffen wir bekommen tue ich sowieso niemand aber ist schon und mal liebe finisher und so da seid ihr so und ich wäre und stelle und stelle blöder ja da war zum aber gerade gesehen wie die anderen beiden sich und sie wird so gekümmert haben wir schaffen die gegner ist sich immer daraus zu holen du hast du da jetzt aus mir ab jetzt kommt sie ist das ist das warte mal aufhören damit ich habe mich doch an da war damit die sache ob ich kann halten sehr gut da verprüge durch so wollen wenn ich das hier machen Was ist das? Nein! Was ist das? Oh, war ich das oder was du hast? Ey, der guckt mich noch nicht mal an und trifft mich damit. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Sag mal, ich treffe ihn noch die ganze Zeit. Oh, danke. Haben wir geschafft, gut. Können wir noch eine machen? Ich glaube schon, weiß ich aber nicht. Freiheitskick und rollende Kugeln. Stimmt der Hang auf den den C18 die ganze Zeit gemacht hat. Wie sie so eine blöde die ganze Zeit Kierkspersonen geschossen hat. Glaub ich. Geh weiter. So, nächste. Schon mal noch ein paar Minuten. Chaos naht. Okay. Deswegen glaube ich das. Mal gucken. Parallelquests irgendwie sowas. Zeitpatroller abgeschossen. 73. Parallelquestsabschlussrate 50%. Wahrscheinlich deswegen, ne? Ja. Okay. Warte mal noch. Drangwort zurückbringen. Das klingt doch sehr einfach. Weil da muss man nicht direkt kämpfen. Ich mag irgendwie latin. sectionalon. Ich mag einfach noch die Gegner. Ich mag in dieser Region. Und er wird nun mal verteilt. Das ist die Rangwürden. Das ist die Rangwürden. Das ist die Rangwürden. Und er hat eine Rangwürden. Das kann man sich dann schauen. Ich glaube dann meinen Rangwürden von lenken. Ich fühle mich nicht mehr. Hmm. da ja 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 locker geschaffen was jetzt ende die und so eine höhle so abgeschossen meins und ist ja nein die karte ist jetzt zu ende wie sie dann warte ist hier irgendwie zu ende in solchen war kämpft er die ganze zeit gehen da hinten in ein so jetzt zu dem wie komme ich da er ist zu ende der ist irgendwo da naja sagen wo genau ich dahin muss genau da war clever okay die muss sich besiegen das ist mir sowas von egal jetzt ich weiß gar nicht da ist hier oh da da sehe ich schon der nächsten meins das ist doch mal eine schienlige mission hey, hör mal mit gib mir diese kugel ja wir vollkommen ab jetzt eine große auswahlung dafür kann ich die ganze ehrlich ich habe eine rekordzeit vielleicht nicht eine korte aber ich habe die wissen und schnell erledigt dann schaue ich mal noch irgendeine versuche ich mal eine neben quest parallel fest noch da rein zu packen ich nicht weiter reichen wird wenig sind siege 30 ich bin aber mal das ja auch wenn das nicht so versuchen wir mal das setzschwert hey cool es ist nur ein gegner oder bitte ich werde zweifel dass es so einfach wenn es wird verdammt schwer ich weiß ich habe 15 minuten zeit für die feste stadt jetzt in 15 minuten schafft wenn es vielleicht sogar gekommen auch gewährt ja und jetzt schon ab man ist echt fangen spieler mit war ich sehe schon keine ahnung spiel arena vier gebiete sind ja glaube ich gerade am anfang nicht gesehen ob der direkte habe ich so weitergehen läuft richtig ab so offenes feld jeder bestimmt nicht mehr zum gleichen ordner doch er sagt er ist ein offenes feld wahrscheinlich kann nur ein gebiet immer entfernt sein oder ist das wahrscheinlich nicht zu sein noch noch ich will spiel oder zum dreifachen superzeit wenn überhaupt gesehen der story man muss auch ich hoffe das wird aber ich noch mal das vierte gebiet zelt spieler da hin und her alter größer wir sind schon überlegt gewesen weiter das fällt mir fehlt denn noch was ist dein himmel da stimmt auch noch ich glaube jetzt bleibt da sehr gut ohne gerade erledigt beinahe das soll irgendetwas abgekampftes kommt auflagen erreicht mich von aus nicht Was ist das? Nein. Nein, ich wollte mich mal aufladen. Was? Das ist doch nicht schaffig, oder? Geh gut von mir. Ich bin schon wieder lang in der Part. Ich sehe es. Sicherheitsabstand. Sicherheitsabstand. Wurf. Jetzt Galactic Donut. Was ist das? Bitte. Mann. Ich bin noch Schabendmüller. Ganz ruhig gewesen sein. Danach. Meine Fusion hält doch gar nicht so lange als der Einfacher Super Saiyajin. Ich war einfach eine Logik. Guck dir das. Ging ja noch leckisch. Leckisch. Das ist nur für C. Ich habe natürlich wieder nichts bekommen. Ich konnte ruhig mal ein bisschen Ausrüstung bekommen. Gut dann nicht. So, damit war ein paar schon wieder lang genug. Ich wollte sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle, herzlich gut zu schauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.